Kann ich hier vielleicht noch irgendeinen anderen Weg gehen? Da komme ich nicht mehr dran vorbei. Hier war ich schon. Ich könnte hier eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Dann gehe ich mal hier lang. Okay. Gut, dass ich hier noch mal längst gegangen bin, sonst wäre ich jetzt total verloren gewesen. Das war die Glaskuppel und das war das Auge. Das Chaos wächst und du gibst mir jetzt hoffentlich wieder einen Hinweis, wo ich hin kann. Da unten hin, okay. Aber erstmal gucke ich mich hier oben. Juhu, alles ist frei. Oh, den hat sie überlebt. War hier nicht noch Kumpel? Okay, die Türen reißt es auch auf, das ist schön. Wir können ja noch mal kurz auf ihr Herzstück gucken. Hat er gerade geleuchtet? Ähm, nein. Okay, das hier ist also der Vito von den Robotern. Und hier hauen sie mich auch nicht mehr. Hallo. Hallo. Und nun zum Ziel. Übers Wasser. Oder? Ja, größtenteils. Ja, ich schwimme hin. Das geht der Etappenweise ganz schön schnell hier. Habe ich. Wenn ich mich nicht verschwimmen würde. Das geht aber hier drüben weiter. Hier ist Ende. Ich will doch hier ins Wasser. War da oben nicht ein Portal. Da war ein Portal. Da war das technical beauty. anderes zum wohl war was anderes ich weiß immer noch nicht wie es da hoch geht und wie ich den er ist da oben ich muss irgendwie da hochkommen um das ding kaputt zu machen aber wie soll ich da hochkommen haben da noch bestimmt rüber oder mit dem fokus auch wenn er sich so aufdrängt er sich so aufdrängt ja es geht doch nein du vollhorst da schaffe ich es endlich mal und dann ist da dieser käfer oben der macht auch was er möchte okay noch was er jetzt aber schwimmen die schwimmen dahin anna oh so einmal ganz runter ohne ablenkung ohne irgendwas jetzt geht es straight in den süden so weit wie es eben geht bis wir irgendwo rauskommen können und dann weiter in den süden kommen durch tür und tor irgendwie das gefühl hat mir was sagen aber nicht wirklich das ist keine ahnung ja ich glaube hier komme ich nicht wirklich hoch weil es ein bereich ist wo man jetzt hin kämpfen muss hier komme ich nicht durch gut ich muss jetzt irgendwie da rauf wie war das noch und dann schaue ich mal was hier auf mich wartet ach ja er ist das mutters geschenk jetzt muss ich da wieder hin darf ich cheaten ach wie süß hier alle freuen das ist doch schön ich gehe mal hier links um viele porter runter und weg und nun da oben irgendwas machen wir nähern uns dem ende würde ich sagen dieser wunderbaren reisen und schauen uns an was ich hier noch machen darf um die welt wieder in strahlendem glanz erscheinen zu lassen musste ich jetzt hier hin ja ich musste hier hin das ist das wo ich vorhin hier mal gucken ach da hätte ich mich retten können ok 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 jetzt war der ausguck ich dummkopf nein ich dachte wirklich das wäre das jetzt gewesen aber um ehrlich zu sein habe ich keinen schimmer was ich da jetzt machen soll wahrscheinlich muss ich hier gar nicht hin und dann irgendwie eine etage tiefer ist das die tür noch zu gut dass ich das jetzt erst sehe hier ist ja die verderbzeit weggekommen du voll idiot kann ich bitte von hier aus dahin nicht da kommen fahrer schmutz gegenseitig ne 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 mit dir lauf ich jetzt nicht mehr eh ne ne ok ich mach jetzt noch mal den hier ok hier längs Jetzt bin ich hier. Hier ist sogar ein Speicherpunkt. So. Eins. Zwei. Und der dritte Titan. Und jetzt kommt der Roboter zur rechten Zeit an. Und er steht auf. Aufstieg. Es geht noch weiter. Hallo. Hallo. Ahem. Gehen? Ok. Was hast du gemacht? Okay. Jetzt noch so ein Riegel. Jetzt noch so ein Riegel.